Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute ein Video für euch, wo ich eine lange Zeit mit mir gekämpft habe, ob ich es überhaupt filme. Auch bis eben gerade war ich mir noch nicht sicher. Deswegen filme ich das Video auch erst jetzt am Sonntag statt am Samstag, weil ich bisher mit mir gekämpft habe. Es geht nämlich um die Review meines Burberry Trend Codes. Um es gleich schon mal vorwegzunehmen, es wird nicht gerade eine sehr positive Review. Deshalb habe ich auch lange mit mir gekämpft und fühle mich auch nicht so gut dabei. Aber wiederum sollte man ja ehrlich sein. Und deshalb habe ich heute die Review für euch. Ich habe aber auch meinen Burberry Pullover an, um zu zeigen, dass ich die Marke auf jeden Fall sehr, sehr gerne mag. Es ist mein liebster Designer. Aber ich habe heute nicht ganz so gute Sachen zu erzählen. Also, das ist der Trenchcoat. Ich hatte ein Video gemacht, als ich ihn neu hatte. Ich glaube, das ist das zweite Video, was ich überhaupt hier auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Das verlinke ich auf jeden Fall in der Infobox. Ja, das ist der Trenchcoat. Der hat auch noch so ein rausnehmbares Futter. Das habe ich jetzt im Winter hier drin. Das kann man aber rausnehmen. Und man kann auch noch eine Kapuze einsetzen. Und allem in allem ist er ein wunderschöner Trenchcoat. Aber kommen wir jetzt erstmal so ein bisschen zu der Geschichte. Denn dieser Trenchcoat und ich haben schon einiges erlebt. Also, gekauft habe ich ihn 2016. Ich glaube, im August müsste das gewesen sein. Und dort lief er noch unter Burberry Brit. Und ich habe ihn in München gekauft und es war ein traumhaft schöner Trenchcoat. Er gefiel mir besser als der Originale. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist es der Westminster? Ich weiß es gerade gar nicht. Die haben ja unterschiedliche Namen für die Längen. Und er gefiel mir auf jeden Fall besser. Es war das gleiche Material. Er war genauso wasserabweisend. Kaum schmutzanfällig. Hatte keine Knitterstellen und nichts. Zwei Wochen später ungefähr hatte ich dann das Problem, dass von meinem Trenchcoat vorne am Ärmel hier eine von diesen Laschen abging. Und das wurde dann auch repariert innerhalb von ein paar Tagen und dann hatte ich ihn wieder. Ich habe ihn sehr, sehr gerne getragen, sehr viel getragen und irgendwann hat es dann angefangen, dass ich hier vorne das Material ein bisschen aufgelöst hatte. Und dann hatte ich hier Löcher drinne und bin dann hingegangen und das wollten sie dann auch reparieren. Die Schneiderei hat das allerdings nicht wirklich hinbekommen und daraufhin hat man mir dann angeboten, dass ich einen neuen Trenchcoat bekomme. Das Angebot habe ich dann noch angenommen und ab da ging es dann los. Ich hatte den Trenchcoat dann nicht noch wieder anprobiert, sondern es hieß, es ist exakt der gleiche und bin dann mit dem nach Hause gegangen. Und weil es so warm war zu der Zeit, habe ich ihn dann auch eine Zeit lang nicht angezogen. Irgendwann merkte ich dann, als ich ihn ab und zu mal getragen habe, dass er viel, viel schneller knittert und das Material war auch viel dünner und leichter. Da habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Irgendwann bin ich dann damit durch den Regen und ich war durch. Also ich war bis auf die Unterhose nass. Ich war komplett klitschernass und das kannte ich von dem Trenchcoat davor nicht. Der war wasserabweisend. Und ab da hatte ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und irgendwann hatte ich dann auch gemerkt, dass ich hier hinten einen Fleck habe. Ich weiß nicht, ob man ihn in der Kamera sehen kann. Und habe ihn daraufhin in die Reinigung gegeben. Die Reinigung hat ihn nicht rausbekommen. Bei Burberry war ich dann, weil er nicht wasserabweisend war. Da hat man mir dann erstmal erzählt, dass der auch nie wasserabweisend war. Man hat mich erstmal so dargestellt, als wenn der, ich will jetzt nicht sagen, gefakt gekauft war. Aber der hieß es, wo ich ihn denn gekauft hätte. Und dann meinte ich, ja, im Store in München. Ja, wir schauen mal nach. Oh, den haben sie ja tatsächlich im Store in München gekauft. Und ja, das war irgendwie ganz merkwürdig. Dann haben sie ihn für mich nochmal in die Reinigung gegeben, damit er imprägniert wurde. Aber, ja, also ich bin absolut nicht mehr zufrieden mit dem Frenchcoat. Er knittert extrem schnell. Er ist leider nicht mehr wasserabweisend, was ich sehr schade finde. Ja, er sieht trotzdem noch ganz nett aus. Allerdings, ja, ich mag ihn mittlerweile nicht mehr so gerne tragen, weil ich so glücklich mit ihm erst war. Und mittlerweile bin ich ein bisschen unglücklich und bereue es, dass ich ihn zurückgegeben habe. beziehungsweise, dass ich ihn habe umtauschen lassen. Und, ja, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Geht leider nicht. Und ich hätte lieber mit den Löchern am Ärmel gelebt, als mit einem Frenchcoat, der jetzt so ist, wie er jetzt ist. Aber, ähm, ist halt so. Ja, und ein Punkt, der mich auch sehr stört, also wirklich sehr stört, ist, dass da jetzt Made in China drin steht. Und, äh, ich bezahle nicht, äh, 900 Euro, um ein Frenchcoat zu bekommen, der in China zusammengenäht wurde. Also, das sehe ich wirklich nicht ein. Und da bin ich auch wirklich enttäuscht, weil ich weiß, dass der ursprüngliche irgendwo in Europa hergestellt wurde. Ich weiß nicht mehr so ganz wo genau. Ich glaube, Portugal oder Spanien. Aber, ähm, für Made in China bezahle ich nicht 900 Euro. Und das ist auch einer der großen Punkte, weshalb ich so enttäuscht bin. Ja, ich werde diesen Frenchcoat natürlich weiterhin tragen. Allerdings, ähm, mit so einem Fadenbeigeschmack. Weil er halt nicht mein Frenchcoat ist, den ich mir damals gekauft habe. Sondern eher eine abgespeckte Version davon. Und, ähm, ja. Sehr schade, aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich ihn umgetauscht habe. Und, ja. Shit happens. Und den Fehler werde ich garantiert nicht nochmal machen, wenn ich jemals etwas wieder zur Reparatur geben werde. Dann werde ich 10 mal überprüfen, ob es wirklich das gleiche Produkt ist, was man mir wiedergibt. Oder ob es, äh, eine neue Variante ist. Und, ja. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Ja, ich dachte mir, ich zeige euch nochmal ein paar Details des Frenchcoats. Ähm, also mittlerweile ist er von Burberry. Den, den ich ursprünglich gekauft hatte, der war von Burberry Brit. Ähm, hier im Nacken hat er das Burberry Design. Beziehungsweise Muster. Ähm, hier hat er diese Schulterdetails. Er ist, äh, die mittlere Länge, würde ich sagen. Hat Taschen, ähm, an den Ärmeln auch, äh, diese Gürtel. Hat hier einen Gürtel, der leider immer sehr, sehr schnell verknickt. Also eigentlich ist er so breit, aber bei mir knickt er immer zusammen. Und auf dem Rücken sieht man, wie knitterig er ist. Hier hat er auch diesen Überschlag, der nicht, äh, mit dem Burberry Logo gefüttert ist. Ich glaube, bei dem Originalen ist er mit dem Burberry Muster. Ähm, ja, wie gesagt, hier drin hat er noch diese, diese einknüpfbare Weste drinne. Und darunter, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hat er das normale Burberry, äh, Inlay. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz der eher negativen Review, die ich hier leider geben musste. Ähm, ich habe jetzt auch echt lange mit mir gekämpft. Ich meine, ich habe den Trenchcoat vor zweieinhalb Jahren gekauft. Und mich jetzt erst, äh, dazu bekommen, eine Review, äh, davon zu machen. Aber ja, ähm, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und dass wir uns demnächst wiedersehen. Bis dann, tschüss!